Hallo, ich begrüsse dich zurück bei Fallout 3 Ich bin jetzt die Frau hier holen, wenn sie kommt Ich war zwar eigentlich schon unten Aber wenn ich ihr schon die Hälfte geben muss, nehme ich mir so mit Das hat doch nicht den Schlüssel Ich sehe, wir treffen uns hier Was ist los? Die Unabhängigkeit Dann ist es mir doch hier runter Behalten Sie die Mission im Auge und nicht meinen Arsch, bitte schön Ich habe irgendwo den Schlüssel übersehen Ich bin nach dem Terminal gekommen oder ob ich noch etwas übersehen habe Dann muss ich wieder zurück Ich hoffe, sie kann dann Ja, sie lässt schon die Falle in die Falle Und ich verletze mich auch Das frage mich, da gehe ich dort raus Die sind glaube ich richtig Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher Hier, oder? Was ist das? Das habe ich ja schon gemacht Ich vergesse es Ich habe es ja mit Dietrich geknackt Ich weiss nicht, ob das die Tür auch hätte auf Vielleicht habe ich irgendwo ein Seife übersehen oder Schlüssel oder ähnlich Was ist das? Scheisse Was ist das? Halt, halt, halt Wir sind falsch hier Ich bin dich voll geladen Ich muss dir jemanden den Zeug wegwerfen Was habe ich noch gesehen? Da brauche ich die Dietrich 100 für das aufzutun Da wäre so Oh, da wäre gutes Zeug drin Hm Hm Ah Shit Ich habe von Fatboy Bombe Hier werden wir dann runterkommen mit dem Schlüssel Was? Was? Oh, das habe ich nicht mehr gehört Natürlich Spadaing! Ok, zwitter! Hier drüben! Wo? Hä? Die sind alle feindlich. Da laden wir doch rein! Ich bin natürlich schon wieder zu schwer. Vielleicht kann ich das aber reparieren. Das nicht. Ja. Alles gut, ich zeig! Alles gut, ich zeig! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Eine Menge Kasszöne! Pah! Alles gut! Schau mal auf das Laserquerum. Mal schauen, was es so leistet. Hier ist nichts mehr! Alles gut! Warte jetzt! Das wird Geld geben! In dieser Mission muss ich unbedingt ins Lager zur Händlerin kommen. Ich kaufe das Schiff, das ich verkaufe. Ich kaufe das Schiff. Ich kann nicht abschliessen, bevor ich dort im Schiff wieder übertragen kann. Die optionale Mission abschliessen. Ich kann nicht abschliessen. Oh! Die Leere brauche ich nicht! Halt! Das schmeisse ich mal weg! Mal schauen! Das schmeisse ich weg! Ja! 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 Das nicht! Das Bruchziffer dahin, oder? Ja! 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 crap! Und da weisst nicht, was genau du durchlaufen sollst. Da kommt noch einmal einer. Das sehe ich! Die treffe ich nicht vom Haus, schiesse ich mal wieder rum! Was ist das? Da ist ein Staub. Das ist der Durchgang. Der müsste hier vorne. Für das hätte ich die nicht gebraucht. Die Minigum muss jemanden wegwerfen. Jetzt wäre es viel wert, dass die Nagelbreite drehen würde. Jetzt rüsten wir eine Toastgranate aus. Jetzt rüsten wir den Tiefen rein. Jetzt rüsten wir den Tiefen rein. Jetzt noch mehr Laut. Jetzt noch mehr Baustellen. Nein, falsch. Viele sind in Frage. Ich brauche die Maske. Ich brauche die Maske. Ich brauche sie verkaufen. Ich brauche die Maske nicht mehr auf. Ich brauche die Maske nicht mehr auf. Ich brauche die Maske nicht mehr. Ich höre doch einen. Ich brauche die Maske nicht mehr gewichtlos. Ich brauche sie. Ich brauche die Maske nicht mehr. Ich brauche die Türe. Oh nein, der kriegt es sich. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Feind unsere Abwehrregeln weiter umstößt. Andererum darf nicht durch das Blut der Tyranneien beschmutzt werden... Der Feind wird bald hier sein. Verteil nicht euren Anführer. 75 Tiere trinken, super. Alarm! Feindlich ist tot! Jaaaah! Jetzt habe ich mich auch selber mehr oder weniger... ...gekillt. Aber jetzt fließt sie da mal los. Ich nehme hier noch... Ich reise noch gesamthaft. Boah! Das ist wahrscheinlich irgendwo im nackten Schrank, finde ich, dieses Teil. Ich nehme hier. Ich nehme hier. Ich nehme hier. Ich nehme hier. Langene Granate da. Splittergranate. Halt! Ich nehme hier. Was haben wir denn hier? Wo? Ich nehme hier. Da geht es auch noch runter. entlang. Ich nehme hier. Ich muss viel Geld machen mit dieser Tauerevölfe. Da gehts noch runter. Hat er die jetzt gekillt? Ich schieße natürlich voll mit. Es ist tot. Nein. Nein. Das wäre sicher eine Begleiterin geworden. Das darf ich nicht wahr sein. Nein. Nein. Das wäre sicher, ich hätte die Warten lassen sollen. Also, wir legen diese an. Schmeissen sie weg. So ist da die andere 10 Millimeter. Ja. 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 Nein. Superhammer. Okay. Das heisst. Hier werfen ich meine Gun weg. Obwohl sie viel Wert hatte. Das Altmetall. Das Altmetall. Die alten Batterien. Keine Spaltungsbatterie. Ist das Bandage weg? Ja. Ja. Scheisse. Viel Geld zurücklassen. Ja. Ja. Die wäre zu mir eine Begleiterin geworden. Shit happens. Ja. Du bist schwer. Wie hier schon gewesen. Und einfach hier gekillt. Was mache ich jetzt? 10 Kilo Übergewicht. Geil. Wir werfen den Kleber weg. 9 Kilo. Wir schlucken hier das. Quantum. Schmeissen wir noch so eine Jagdflinte weg. Ich habe noch 2 Kilo Übergewicht. Ich habe noch 2 Kilo Übergewicht. Schmeissen wir diese weg. Ich brauche diese. Die Perks schwerer tragen. Wäre zu langsam nützlich. Ich könnte alle Perks brauchen. Die ich noch nicht habe. Das war nicht feindlich. Sie haben unsere Verteidigung durchbrochen. Aber ich habe noch nicht einmal damit begonnen zu kämpfen. Ich kann es nicht zulassen, dass wir unserer Freiheit beraubt werden. Die Unabhängigkeitserklärung muss hier bleiben. Sie ist unser Symbol der Hoffnung. Die einzige Stimme, die ruft, wir sind ein freies Land. Ähm. Ich sehe, mein Ruf eilt mir voraus. Ich bin erfreut. Nun, dann sollten Sie wissen, dass ich keine Scherze dulde und meine Loyalität zu den Staaten legendär ist. Ich weiß, dass Ihre Kampffertigkeiten den meinen überlegen sind, aber ich werde mich trotzdem dem Todesduell stellen, wenn ich muss. Was darf es denn sein? Rapiere, Pistolen bei Sonnenaufgang. Los! Raus damit! Das ist nicht nur ein Dokument. Das ist die... Ja. Täuschung und gebrochene Versprechen mögen wohl am Hofe Großbritanniens üblich sein, aber ich werde mich solchen Albernheiten nicht hingeben. Da Sie offensichtliches Interesse an einer unnötigen Beilegung dieses von Blitz haben, darf ich Ihnen vorschlagen, sich zu ergeben. Ich kann versprechen, dass man Sie gut behandeln wird, wie es allen Mitgliedern der Royal Army zusteht. Geben Sie mir Ihre Argumente. Aber seien Sie gewarnt. Ich bin mit der Spionagetaktik der Rotröcke vertraut. Sie tun gut daran, das nicht zu vergessen. Sie? Oh, shit. Interessant. Ich habe bereits einen Plan für Situationen wie diese. Vielleicht beweist dies, dass Sie als Freund und nicht als Feind kommen. Wir fertigen eine Fälschung der Erklärung an und senden Sie nach Großbritannien. Damit gewinnen wir Zeit, um das Dokument sicher fortzuschaffen. Was würde ich geben, um am Hofe dabei zu sein, wenn König George bemerkt, dass all seine Anstrengungen nur eine Fälschung zutage gebracht haben. Wir müssen jedoch Vorsicht walten lassen. Eine schlechte Fälschung würde von den britischen Gelehrten sofort erkannt werden. Wenn Sie mir etwas Eisengalustinte bringen, könnte ich ein perfektes Duplikat produzieren. Der beste Ort danach zu suchen wäre, die Bibliothek von... Schließlich kann ich diese Befestigungsanlagen nicht einfach hin... Ich fürchte, das wird nicht mehr möglich sein, wenn Sie vor dem Statehouse in Philadelphia am Galgenbaumel... Ähm... Schau auf was er allergisch ist... Aber jetzt echt nicht so... Oh, da hinten ist auch das Ziel... Was ist doch grösst, da hinten ist auch so das Teil... Ich komme auch weg... Du triffst mich nicht wirklich hier... Uiuiui... Ich hoffe nicht, dass das ein doofer Fehler ist, dass der mir das Perk hätte ausgehandigt... Wir können jetzt den... Whisky... Fusionszellen haben wir jetzt hier genug... und Energiezellen... Lassen wir... Ich kann mir eh nicht mehr leisten zu tragen... Ich kann mir eh nicht mehr leisten zu tragen... Einzeln mit Zigaretten... Was ich hier weggeschossen habe... ist der... verschwunden... Der Schlüssel hat aber noch mehr... Der Schlüssel hat aber noch mehr... Wir gehen... Uiui... Nein... Nein, bitte nicht... Gut... Ich setze die auf... Ja... Ja... ... Aber... Machen wir... ... das Servicelook auf... Keine Ahnung, was das... bewirkt... Ja... ... ... ... ... Das sind alles so... ... Stationen von Robotern... ... 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 Vergesse es. Was ist denn da? Das ist der Aufzug, ey. Das war auch ein anderer Lift, den ich vorne gesehen habe. Da wäre auch noch ein anderer Ort her, aber... Habe ich dort den Schlüssel bekommen, vielleicht? Das ist richtig. Den habe ich zum Beispiel auch nicht gebraucht, den habe ich auch nicht gefunden. Der Aufsehrschlüssel wäre auch noch... Der Waffenversteckschlüssel, obwohl ich nicht weiss, was das Waffenversteck ist. Funktioniert das jetzt? Dann habe ich doch jetzt den Schlüssel, wie das ging. Das ist jetzt die Frage. Und unten hätte es noch einen anderen Lift gegeben. Wo Schlüssel gebraucht. Und hier würde ich da raus, da wäre ein Ausgang auf die Promenade, den ich noch nicht ausprobiert habe. Das ist jetzt scheisse. Das ist sicher auch noch irgendwo so ein nützliches Upgrade-Buch. Aber da bist du ewig umzusuchen. Ich probiere es so schnell wie möglich zu machen. Ich hoffe nicht, dass das für nichts ist. Aber das war so eine Liftplattform, die ich hier nicht benutzen konnte. Das kann ich leider auch nicht öffnen. Komm, mach. So, das sollte gleich hier sein. Das hier. So, wie das hingeht. Nein. Falschschlüssel. Den habe ich nicht. Schön. Ich bin sehr interessiert, wie das hingeht. Und da hat es so feine Sachen drin. Die ich nicht holen kann. Scheiss im Dreck. Die erste Begleiterin, die ich konnte haben, ist mir auch verrückt. Ich muss dir irgendwo warten, bis sie es abgeschlossen hat. Das gehört. Im vierten Teil ist auch Perks für dich gekommen. Mir ist der vierte Teil eher gelegen, als jetzt der. 넘 ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.